Mythos Meditation. Warum jeder, auch du, in der Lage ist zu meditieren, wie ich selbst dazu gekommen bin und die größten Missverständnisse rund ums Thema, hörst du in dieser Folge. Aloha allerseits und herzlich willkommen zu deinem Podcast für heitere Gelassenheit. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu mehr Freude und Leichtigkeit im Sein begleiten zu dürfen. Meditation? Nee, nee, das ist nichts für mich. Dafür bin ich nicht ruhig genug. Oder das ist mir viel zu langweilig. Oder nee, das kann ich nicht. Einfach nur da sitzen oder nichts denken, auf gar keinen Fall. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, denen genau das als erstes einfällt, wenn sie Meditation hören. Vielleicht rollst du dabei sogar deine Augen und bist total genervt von dem Thema, weil so viele davon sprechen, wie es ihr Leben positiv verändert hat. Vielleicht hast du es aber auch schon mal probiert und hast einfach gedacht, nee, ich kann das nicht. Das funktioniert einfach nicht für mich. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich weiß, dass unheimlich viele Mythen auch rund um das Thema Meditation in der Welt umhergeistern. Und ich möchte gerne diese Folge hier nutzen, um ein bisschen aufzuräumen. Um ein bisschen aufzuräumen mit den ganzen Glaubenssätzen, die sich so rund um dieses Thema ranken. Also zum einen habe ich festgestellt, dass viele das Gefühl haben oder die Gedanken, die Bilder dazu bekommen, wenn es um Meditation geht, stellen sie sich einen Mönch im Schneidersitz vor, der laut Omm sagt und an nichts denkt. Und dazu steht da noch ein Räucherstäbchen und es ist eine Kerze an und vielleicht scheint sogar noch göttliches Sonnenlicht von oben genau auf diesen Fleck Erde. Vielleicht hast du dir auch schon so ein Bild ausgemalt von Meditation. Vielleicht hast du bis jetzt noch keinen richtigen Zugang dazu gefunden. Und ich möchte dich heute ermutigen und dich einladen, vielleicht deine Perspektive zu dem Thema ein bisschen zu verändern. Denn Meditation war tatsächlich 2017, Ende 2017, eins der grundlegenden Dinge, die mein Leben unheimlich positiv beeinflusst haben. Wie das passiert ist, das erzähle ich dir jetzt gerne. Ich habe damals noch auf Mallorca gewohnt und es war unheimlich viel in Bewegung bei mir. Ich war im Winter 2016 auf 2017 auf Maui und hatte da eine unglaublich transformierende Erfahrung. In der Zeit, in der ich da war, sind mir unheimlich viele Dinge klar geworden. Und ich habe so die ganze, die Ganzheit des Seins und des Lebens, des Universums und allem, was dazugehört, gespürt. Und in einer superintensiven Situation und auch die ganzen Tage, die ich da war, die ganze Zeit, war unheimlich gefüllt mit Wissen und Erinnern und auch durchaus Schmerz, weil ich eben viele, viele Dinge losgelassen habe da, die in mir drin schon lange waren, aber die ich, und das kennst du sicher selber auch, ganz geschickt überhört und verdrängt habe. Weil alles, was erstmal sich nicht so gut anfühlt, hinzugucken, das schieben wir häufig gerne so lange vor uns her, bis es unausweichlich ist und der Schmerz so groß ist, dass wir das nicht mehr ertragen können. Das ist auch so eine Erklärung dafür, warum wir uns häufig aus Situationen, die uns nicht gut tun, ob es Beziehungen sind, Jobs und so weiter, wir halten lange aus. Wir halten lange aus, bis wir tatsächlich etwas verändern. Das liegt daran, dass häufig unser Leidensdruck noch nicht hoch genug ist. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Und was Meditation da für mich gemacht hat, 2017, ich habe das auch auf einem Podcast gehört, auf dem DNX-Podcast von Sonic und Yara, damals noch Felicitas und Markus, die die digitale Nomadenbewegung ins Leben gerufen haben. Das sind Menschen, die ortsunabhängig arbeiten von überall auf der Welt und das war damals total interessant für mich und ich bin auch immer noch da ein Teil von, sehe mich auch als ortsunabhängigen Universumsmenschen. Und auf dem Podcast habe ich von einer App gehört, die ich selber auch über zwei Jahre benutzt habe. Deswegen kann ich sie euch hier empfehlen und nein, ich bekomme dafür kein Geld. Die hat mir aber den Einstieg unheimlich erleichtert in das Thema Meditation und mich, wie gesagt, zwei Jahre lang regelmäßig begleitet und mir dadurch so viel mehr Selbstliebe und Gelassenheit, vor allem heitere Gelassenheit und einfach Platz geschaffen hat in meinem Inneren. Dass so alle Anteile, die da sind, sich zeigen dürfen, ohne dass ich deshalb leiden muss, sondern dass es mir gelingt, meine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf Dinge zu richten. Und darum geht es auch bei der Meditation. Statt also sich jemandem vorzustellen, der im Schneidersitz in einem Tempel irgendwo sitzt und omsagt und an nichts denkt, darfst du dir Meditation als einen Bewusstseinszustand vorstellen. Das heißt, du bist dir einfach ganz bewusst. Du bist ganz aufmerksam. Du bist reine Aufmerksamkeit. Das ist ja auch, was du bist, weil wer ist denn derjenige, der deine Gedanken denkt? Ist das nicht abgefahren? Das bist du. Du, deine reine Essenz, dein Bewusstsein. Du denkst doch deine Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken, aber du denkst sie. Du kannst sie also beobachten. Und wenn dir gerade alles wieder viel zu viel wird und du hast das Gefühl, eigentlich du platzt und es ist so voll, dein Kopf, dein Herz, alles um dich herum, dann ist Meditation definitiv eine wunderwundervolle und heilsame Möglichkeit, dir ein bisschen Platz zu verschaffen. Da gibt es keine Competition, kein Besser, kein Schlechter. Es gibt hunderttausende Formen von Meditation und du bist nicht nur in der Lage, das zu lernen, sondern du tust es sogar schon. Wenn du dir jetzt denkst, ach Quatsch, ich meditiere doch nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass du in deinem Leben schon mal einen Zustand hattest, in dem du so präsent warst, dass du an nichts anderes gedacht hast, sondern nur in dem Moment gelebt hast. Und plötzlich guckst du auf die Uhr und denkst dir so, huch, wo ist denn die Zeit geblieben? Wenn Raum und Zeit völlig irrelevant werden und du nur beschäftigt bist mit dem, was ist, sind deine Gedanken genau auf diese einen Sache. Ob das jetzt Gärtnern ist, ob das Basteln ist, ob das Malen ist. Das mag ja auch manch einen aggressiv machen, so Malen. Aber für manche Leute ist das super beruhigend. Und beruhigend ist das immer, wenn unser Geist etwas hat, worauf er sich fokussieren kann. Weswegen wir auch alle wahnsinnig werden, wegen unseren Telefonen und unseren Apps und dem ständigen Ping, 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 Benachrichtigungen. Ich habe meine Benachrichtigungen übrigens ausgeschaltet, nur mal so. Ich kriege keine Nachrichten mehr von irgendwelchen Apps, die mir sagen, Achtung, Achtung, du hast noch ungelesene Nachrichten. Wisst ihr, was das mit eurem Nervensystem macht? Das ist auf Dauerstress. Du kannst dir vorstellen, dein Gehirn, deine Gedanken, dein Innerstes ist wie dein Telefon. Und stell dir mal vor, du hast 15 Tabs auf. Und überall macht es Bling, 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 Bling. Und natürlich geht da auch der Akku runter. Das zieht unheimlich viel Energie, wenn 15 Tabs auf sind. So ungefähr ist Multitasking, ja? Alles gleichzeitig machen wollen, aber nichts richtig. Ja, also Meditation hilft dir einfach bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Und das hast du ganz sicher in deinem Leben schon getan und vielleicht auch in der näheren Vergangenheit. Du musst dich also gar nicht immer im Schneidersitz irgendwo hinsetzen, Omsagen, dir ein Räucherstäbchen anmachen. Ja, natürlich kannst du das gerne tun, wenn sich das gut für dich anfühlt. Es gibt no Judgment, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten. Und diejenigen, die sagen, ich kann das nicht, das ist mir viel zu ruhig, die haben es besonders nötig. Immer wenn du das Gefühl hast, und es gilt für eigentlich so gut wie alles im Leben, das brauchst du überhaupt nicht und das kannst du nicht und das willst du nicht, da lohnt es sich nochmal hinzugucken, warum da so viel Widerstand ist und ob es sich nicht vielleicht doch lohnt, da mal ein bisschen Beweglichkeit reinzubringen. Ich möchte dich also mal einladen, deine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Du kannst dir das vorstellen wie, stell dir vor, du sitzt auf einer Bank. Du sitzt auf einer Bank und du beobachtest eine Straße. Vor dir ist eine Straße und da fahren Autos lang. Und das sind jetzt mal so deine Gedanken, ja, und in jedem Auto sitzt ein Gedanke. Du hast 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag, ist also eine Menge los auf der Straße. Und jetzt gibt es Gedanken, an denen hängst du mehr und an denen hängst du weniger. Die, die mit Emotionen gefüllt sind, das sind meistens die, in die du gerne sofort reinspringen möchtest und mitfahren und das erstmal ausdiskutieren. Und jetzt, stell dir mal vor, du sitzt auf dieser Bank und jedes Auto, was vorbeifährt, da hast du irgendeinen Satz zu, irgendeinen Gedanken, irgendeinen Kommentar, ja, möchtest du gerne sofort kommentieren. Und dann läufst du los und springst zum einen Auto und dann zum nächsten, was du siehst, und dann zum nächsten. Das ist ganz schön erschöpfend, oder? Und jetzt stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit, auf dieser Parkbank zu sitzen, diesen Autos zuzuschauen, zu lächeln und zu merken, wenn es dich wieder Richtung Auto zieht und dann zu sagen, oh, es zieht mich gerade in das Auto, hups, ich bin gerade fast eingestiegen, die Tür liebevoll wieder zu schließen, wieder zurückzugehen zu deiner Parkbank und nochmal tief durchzuatmen und dann wieder zu beobachten, was für Autos fahren denn da vorbei. Es geht gar nicht darum, dass die Straße leer ist. Es geht darum, dass du beobachten kannst, was auf der Straße los ist, weil Mythos Nummer eins. Wir müssen unsere Gedanken komplett leer machen. Wir dürfen an nichts denken bei einer Meditation. Das ist Bullshit. Das ist Blödsinn. Es geht nur darum, in erster Linie, außer du machst eine bestimmte Art der Meditation, die gibt es tatsächlich, aber grundsätzlich ist es reine Aufmerksamkeit. Also wirklich nur wahrzunehmen, was ist denn gerade los bei dir? Ohne das zu bewerten. Völlig wertfrei. Einfach nur, oh, da fährt gerade ein Auto, da geht es gerade um meine Beziehung, da hinten fährt gerade ein Auto, da geht es um das blöde Kommentar von der Kollegin von gestern, da hinten fährt ein Auto, ich mache mir Sorgen um mein Haustier. Was auch immer es ist, das einfach mal wertfrei wahrzunehmen. Vielleicht kennst du das selber und du hast dich schon häufig in das ein oder andere Auto gesetzt und bist damit einfach mal ein paar Stunden durch die Gegend gefahren. Wir sind übrigens auch die einzige Spezies, die noch nach Wochen, Monaten, nachtragend irgendwelche negativen Emotionen mit sich rumschleppt und das dann als Reue und als Groll weiter mit sich rumzieht, wie so einen schweren Umhang. Andere Tiere zum Beispiel haben das nicht. Denkt mal an einen Hund. Sogar Kinder haben das noch nicht. Die können sich in einem Moment super zanken und im nächsten Moment sitzen die wieder zusammen im Sandkasten. Oder Hunde, ja, im einen Moment sind sie ganz traurig und im nächsten freuen sie sich riesig. Und ich denke, da dürfen wir uns auch so ein bisschen was von abgucken, von diesem Non-Attachment. Das heißt, sich nicht an etwas festhalten. Und das kannst du üben, denn was wir nicht üben, das lernen wir auch nicht. Wer mich schon ein bisschen länger kennt, hat den Satz sicherlich schon gehört. Das ist etwas, was ich selber praktiziere. Ich übe und übe und übe. Und so sehe ich mich jeden Tag. Und so ist das auch mit der Meditation. Wenn du Lust hast und du hast gerade die Zeit, dann nimm dir mal zwei Minuten, es reicht schon, jetzt mit mir gemeinsam. Und egal, wo du jetzt gerade bist, wenn du kannst, und das ist sicher für dich, mal für zwei Minuten deine Augen zu schließen und einfach nur zuzuhören, dann darfst du das jetzt tun. Und wenn du deine Augen jetzt geschlossen hast, dann nimm mal wahr, wie dein Körper gerade positioniert ist. Stehst du? Sitzt du? Liegst du? Atmest du? Wie atmest du? Durch die Nase oder durch den Mund? Lass das ganz natürlich fließen. Ohne Bewertung. Einfach nur beobachten. Was spürst du? Spürst du vielleicht die Kleidung an deinem Körper? Den Boden unter deinen Füßen? Vielleicht das Kissen, auf dem du liegst? Der Wind auf deiner Haut? Was auch immer es ist. Nimm es einfach nur wahr. Und wenn du jetzt merkst, dass da Gedanken vorbeikommen, wie die Autos, dann erlaub dir ein Lächeln, nimm wahr, dass dieses Auto dich gerade mitnehmen wollte und komm wieder zurück zu dir, zu deiner Aufmerksamkeit, zu deinem Körper, zu deinem Atem. Vielleicht sprichst du auch leise in dich hinein. Bei jedem Einatmen, ich atme ein. Und bei jedem Ausatmen, ich atme aus. Das kannst du auch still sagen, das musst du gar nicht laut sagen. Und immer, wenn wieder ein Auto vorbeikommt, was dich mitnehmen will, nimm das wahr. Sag Dankeschön. Ich bleibe lieber noch einen Moment sitzen und komme wieder zurück zu dir. Vielleicht hörst du auch etwas. Vielleicht Vögel, vielleicht Geräusche in deiner Wohnung oder du bist gerade unterwegs. Versuch mal fünf Dinge zu hören. Fünf unterschiedliche Dinge, die du jetzt gerade in diesem Moment hören kannst. Es kann Rauschen im Ohr sein, deine Umgebung, dein Atem. Denk dran, wenn wieder ein Auto vorbeikommt, nimm das wahr, lächle, setz dich wieder hin. Und wenn du soweit bist, dann atme noch zweimal tief ein und aus und mit der letzten Ausatmung öffne deine Augen wieder und komm zurück ins Hier und Jetzt und fühl mal nach. Wie fühlt sich das jetzt an? War das komisch, die Augen zu schließen? Sind deine Gedanken gerast? warst du bei mir? Warst du bei mir? Bist du vielleicht fast eingeschlafen? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Herzlichen Glückwunsch! Du hast gerade meditiert. Reine Aufmerksamkeit. Und für diese danke ich dir. Für deine heutige Aufmerksamkeit. Wenn du Lust hast, weiter zu üben, kann ich dir empfehlen, die App Headspace, die verlinke ich dir auch hier in den Shownotes. Und da hast du verschiedenste Optionen, ob das zwei, drei Minuten sind, ob das fünf, ob das zehn, ob das zwanzig sind. Da sind tolle Animationen auch, die dir helfen, das nochmal zu verbildlichen, was eigentlich so in deinem Geist los ist, wenn du dir Stress machst, wenn du Angst hast, wenn du nicht schlafen kannst. Ja, da gibt es ganz, ganz viele tolle Themen und du kannst es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich kann dir das wärmstens empfehlen und ich freue mich über deine Bewertung. Empfehle gern den Podcast, weiter, wenn es dir gefällt, was du hier hörst, teile das mit deinen Freunden und danke für dich, für deine Präsenz und für deine Aufmerksamkeit.